So, hi, da bin ich wieder. Hallihalöle und alles und so. Wir machen direkt weiter. Was ist hier? Du kannst nicht vorbei... Okay, oah! Eieiei, was ist das denn? Krass! Boah, das ist ja voll krass! Nein! Wo ist mein Wälder? Jetzt machen sie meine... Das ist ja... Oh, das wird ne stressige Runde. Oh, hier kommen jetzt schon Level 4 Wälder und so. Ah, ich sollte die Truppen machen lassen, ne? Wo soll ich mich sehen? Ja, jetzt habe ich hier meinen eigenen umgebracht und... Oh, das sind schon echt krasse Leute hier. Boah, der ist richtig top! Eieieieiei! Eieieieiei! Wie soll ich das denn schaffen? Wie soll ich das denn schaffen? Jetzt muss hier eigentlich alles passieren! Nein! Nein! Da haben wir ja jetzt erstmal wieder ein bisschen Platz gemacht. Gut. Jetzt muss ich hier schnell gleich noch einen Riesen raushauen. Nein! Ich werde nicht den eigenen plassen! Ich werde nicht den eigenen plassen! Eieieiei! Oh mein Gott! Ah, das geht nicht! Ja, klar! Okay, dann muss ich jetzt... Nein, lass uns nicht loskommen! Es soll doch nicht machen! Okay! Oh mein Gott! Wie soll man den denn platkriegen? Oh mein Gott! Oh, der hat sofort die Tür aufgemacht. Der hat unsere Fahne. Alter. Der hat die Fahne. Halte den auf, halte den auf. Alter, wie viele sind das? Das ist doch scheiße. Du hast gewonnen? Cool, achso, die Zeit überstanden. Aha. Uiuiuiui. Krass. Dort ist der. Oh, da ist der Boss. Es ist Raborgen. Bleib hier, ich erledige das. Auf keinen Fall, ich komme mit. Ich werde euch von den Rücken decken. Darauf wette ich. Angriff. Die Höhle stützt ein. Wir können hier nicht, wir können hier nicht aufhören. Auf. Auf uns versperrt. Wo ist Raborgen? Er ist entkommen. Und er hat ohne, und hat mich ohne Armee gelassen. Hat euch ohne Armee gelassen. Aber was ist mit meiner? Wovon redest du? Der Wikinger widerstand. Ich kann euch eine Wikingerarmee besorgen, die sich um Ramon und seinen Plünderern kümmern wird. Hört sich nach einem Plan an. Bringen wir in die Männer. Ich werde den Krieg ins Wikingerland bringen. So, da, hier wieder gecheckt. Oh, neue Sachen gekriegt. Da haben wir neue Sachen. Neue Räume. Oh, da haben wir ja auch nicht was ausgecheckt gerade. Und ordentlich Geld gekriegt. Cool. Ja. Machen wir noch einen. Eigentlich ist die Zeit schon wieder. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Gucken wir erstmal, was jetzt auf uns zukommt. Ah, hier. Da machen wir erstmal die neuen Sachen klar. Ach so, wir haben jetzt ja, ach ja, wir haben jetzt die Wikingerarmee. Deswegen haben wir ja auch ganz neue Wachen. Ah, hier ist das Hammer. Aber was haben wir hier nicht? Da auch nicht. Na komm. Ach ja. So. Und genommen. Sehr gut. Da wurde mal ein bisschen. Ja, ne, wir machen jetzt, wir machen jetzt hier nicht weiter. Wir stoppen jetzt hier. Und machen in der nächsten Folge weiter. Was geht hier? Was geht hier? Wir gehen nach Hause. Ja, okay. Das kriegen wir schon hin. Na gut. Aber erst in der nächsten. Also macht gut, Leute. Haut rein. Viel Spaß noch. Tschüss.